Das neue Kundencenter der Stadtwerke Jena Gruppe, im Herzen von Jena, ist Anlaufpunkt für alle Kunden vom Nahverkehr, von der Energie, von Jena Wohnen und von den Bädern. Für unseren Empfang dieses Kundencenters suchen wir neue Mitarbeiter. Es ist eine neue Stelle, die es in der Form noch nicht gibt. Die Arbeitsplätze werden neu gestaltet. Jetzt ist die Gelegenheit dazu und die Bewerber können und müssen einfach mitmachen. Und es ist ganz wichtig, dass da auch die Meinung der Beschäftigten eingebunden ist. Am wichtigsten ist es natürlich, eine gewisse Nähe zu den Menschen zu mögen und sehr, sehr offen zu sein. Man ist so die Nummer eins. Also wenn jemand reinkommt, man ist das Erste, was wahrgenommen wird. Und das macht ihn stolz, wenn man dann auch noch das Wissen hat, um zu helfen, ist einfach schön. Das wird ein sehr, sehr attraktiver Arbeitsplatz mitten im Herzen der Stadt. Mit neuen tollen Interieur, modernster Technik. Und ganz, ganz viele nette Kollegen. Wenn Sie Lust haben, Teil des neuen Kundencenters zu werden, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Ohne Schwerpunkt. Ohne Schwerpunkt. Ohne Schwerpunkt. Vielen Dank.